Seitdem es Trading Card Games gibt, gibt es Banned Lists und dazu gibt es eine ganze Menge zu sagen, weil jedes Kartenspiel geht anders damit um und wir gucken uns das heute mal an und überlegen, wie wir Banned Lists vielleicht besser machen würden als die Firmen. So Leute, sind wir beim nächsten Blackie Talk. In diesen Blackie Talks rede ich ja meistens über Kram, der gerade mich als Magic-Spieler sehr stark betrifft. Man muss dabei jetzt aber auch sagen, ich habe, und du hast teilweise immer noch Yu-Gi-Oh! sehr, sehr exzessiv gespielt, ich habe Pokémon gespielt. Ich war der komische Dude auf dem Pausenhof, der wusste, wie die Regeln von Pokémon waren. Ich habe mittlerweile Lorcaner gespielt, ich habe One Piece gespielt, ich habe Digimon gespielt, ich habe eine ganze, Flächenblatt nicht zu vergessen, ich habe wirklich eine ganze, ganze Menge Kartenspiel-Erfahrung. Und deswegen fühle ich mich auch tatsächlich in der Lage, mit euch über ein Phänomen zu reden, das sich Banned Lists nennt. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen angeregt von einem Yu-Gi-Tuber, der über die Banned Lists gesprochen hat, also der Zweitkanal von dem YouTuber, das ist CK Princeton. Super, super tolles Video, habe ich euch unten auch verlinkt. Aber aufgrund dessen bin ich tatsächlich mal in mich gegangen, habe nochmal überlegt, wie ist das denn so? Denn jedes Kartenspiel hat eine andere Art und Weise, mit Banned Lists umzugehen. In dem Video wird ganz viel Pokémon und Yu-Gi-Oh! referenziert. Pokémon besitzt ja nicht wirklich eine Banned List, also nicht mehr. Und Yu-Gi's Banned List wird meiner Erfahrung nach sehr kommerziell benutzt. Also sie bringen immer superbrokene Decks raus, damit alle Leute die kaufen und wirklich hunderte, tausend Euro in Yu-Gi-Oh! Produkte rein investieren. Und dann bannen sie die wichtigen Karten, damit sie das nächste Produkt verkaufen können. Und naja, dementsprechend böse Zungen behaupten das. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, hey, es ist eine gute Sache, so eine Banned List zu haben, damit eben zu starke Decks eben irgendwie Einhalt geboten wird. Und ja, das wäre hierbei auch der Fall. Flash & Blood hat irgendwie so einen ganz interessanten Ansatz, zumindest mit den Helden, die dann irgendwie, wenn die zu oft gespielt wurden auf Turnieren, in so eine Legacy-Point-Liga kommen, die dann expieren. Und dann darf man die Helden nicht mehr spielen. Ganz wilde Sache, aber auch die haben eine Banned List, wo schon ein paar Karten drauf sind, die man nicht mehr spielen darf. Lokana hat Stand jetzt noch keine Banned List. Star Wars Unlimited, wer auch immer da spielt, auch nicht. Nicht One Piece, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Das spiele ich zu casual, als dass ich da so drin wäre, dass ich sagen würde, da gibt es eine Banned List. Digimon hat, glaube ich, keine. Und ja, das sind so Sachen. Es gibt Kartenspiele, gerade die neueren Kartenspiele, die ohne Banned List klarkommen. Aber alte Kartenspiele, wozu ja auch Magic gehört, die kommen ohne Banned List. Nicht klar. Und lustigerweise, gerade in Magic, wo es ja verschiedene Formate gibt, die ja verschiedene Sachen, ich immer wieder mit den Leuten vergleiche, wenn ich mit Pokémon-Leuten rede, die dann sagen, ich darf nur die letzten zwei Jahre oder so spielen. Also die letzten Zirkel, Schwarz und Weiß oder Ruby oder sonst was, wie die Dinge auch immer heißen. Dann sage ich, jo, das kenne ich auch, das nennt sich bei uns Standard. Und dann sagen die so, ja, rotiert das bei euch auch so schnell? Dann sage ich, hm, nicht ganz so schnell, aber sehr ähnlich. Und dann frage ich, habt ihr eine Banned List? Dann sagen die, nee. Und dann sage ich, wir schon. Und dann gucken die mir an und sagen, wofür habt ihr denn eine Banned List? So schnell wie das rotiert, dann ist das doch ganz schnell raus. Und ich erinnere mich zurück an Zeiten, wo es eigentlich, ich glaube, 13 oder 14 Karten auf der Banned List gab im Standard, weil sie so oppressive waren, dass es so broken war, dass nichts anderes gespielt wurde. Und für die war das normal. Und ich denke mir so, what? Okay, danke. Und wenn ich da mit Yu-Gi-Oh!-Spielern rede, rede ich meistens eher über Legacy tatsächlich, da in Yu-Gi-Oh! ja alle Karten erlaubt sind von Anfang bis Ende. Und das halt nur mit einer Banned List bzw. dann noch mit der Restricted List eben zu arbeiten ist, wo man halt sagen kann, okay, wir können alles spielen Format und können halt nur bestimmte Karten nicht spielen. Und da kommen wir jetzt genau an den Punkt, den ich so interessant finde. Der Punkt, der mich am Anfang, als ich mich darüber ein bisschen, naja, informiert habe, sehr beschäftigt hat. Restricted Lists. Es gibt in Magic in einem einzigen Format Restricted Lists. Ansonsten haben wir sowas wie Restricted List nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum nicht? Ich finde das so interessant, wenn man aus einer Yu-Gi-Oh!-Sicht kommt und das sich anschaut und sagt, okay, wir haben hier die Möglichkeit, eine Karte eben einzuschränken, dass man sie nicht so oft benutzen kann, nicht so oft zieht, nicht so den Starter direkt hat, den man nutzen kann. Oder eben im Endboard, wo man halt seinen Turn macht und dann am Ende sein richtiges Board aufbaut, vielleicht auf eine andere High-End-Karte zu gehen. Und dann habe ich mir gedacht, kann das bei Magic auch passieren? Könnten wir hingehen und könnten zum Beispiel im Standard eine She-Aldred auf 1 setzen? Und ich habe mir irgendwie gedacht, nee, Magic-Spieler sind ganz schnell ziemlich salty. Das ist etwas, was ich bei Yu-Gi-Spielern weniger erlebt habe. Und jetzt werden alle Yu-Gi-Spieler sagen, was? Wir haben Saltiness ohne Ende. Und ich werde sagen, nee, ihr habt keine Saltiness wie Magic-Spieler. Die Pointe daran ist, glaube ich, einfach, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Bannet-List anzupassen und zu sagen, hey, wir setzen Karten auf 1. Wie zum Beispiel eine She-Aldred im Standard, die sehr dominant ist, setzen wir auf 1. Würden die Momente, in denen man sie spielt und sie das Spiel gewinnt, noch schlimmer sich für die Personen anfühlen, die dadurch verlieren, im Vergleich zu den Leuten, die halt dann die Antwort drauf haben? Weil man hat eine Menge Creature-Removal im Deck, so ist das nicht. Allerdings ist es halt auch so, dass wenn wir so viel Creature-Removal im Deck haben, der Aetna seinen One-Off zieht und das Ding vielleicht das Spiel gewinnt, fühlt sich erstens, natürlich hat er das One-Off aus 60 Karten und noch das Mana, um das zu bezahlen. Natürlich. Diese Situation könnte sehr, sehr stark werden. Und auch diese Art und Weise der Rangehensweise an diese möglichen Verluste der Magic-Duelle könnte sehr, sehr krass werden. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht nicht Limited, vielleicht Semi-Limited. Vielleicht auf zwei, dass man Karten nur zweimal spielen darf, andere vielleicht viermal. Und dann habe ich mich auf Magic Online. Ich bin ja mittlerweile Magic Online Content Creator. Das bedeutet, ich bin in dem Magic Online Content Creator Programm von Daybreak bzw. Magic Online aufgenommen worden und habe einen Free Account, All Access Account, wo ich halt eine Menge spielen kann und euch da auch demnächst Content präsentieren werde. Das wird cool, glaubt mir, das wird wirklich cool. Magic Online ist ein geiles Programm, wirklich ein wirklich geiles Programm. Und ja, super, super Ding. Da habe ich ein bisschen Vintage gespielt. Und da muss ich sagen, heilige Scheiße. Wenn ich überlege, wie schwierig es teilweise war, auch nur ein einziges Set irgendwie hinzubekommen, ein einziges Spielpattern hinzubekommen, wo ich mir denke, ich bin vier Brainstorms, vier Ponder gewöhnt und jede Karte viermal zu spielen und dann sind auf einmal so, ich muss überlegen, ob ich diese Karte spiele. Und dann sind andere Karten wie Ragavan, wo du auf vier sind. Ich denke mir so, warum? Wieso ist die Karte auf vier? Und dann ist mir aufgefallen so, okay, wenn ich so Gedankengänge habe, wenn ich hingehe und sage, okay, die eine Karte darf viermal gespielt werden, die andere zweimal, die andere einmal, das muss ich argumentieren können. Und die Semi-Banded-List in Yu-Gi-Oh ist zum Beispiel auch nur dafür da, um Karten irgendwie, ja, man will noch nicht ganz damit rausgehen und will die noch nicht ganz irgendwie auf den Markt hauen und sagen, yo, spiel die einfach dreimal, sondern man hailt sie halt mal so auf zwei. Da bleibt keine Karte lange. Ich glaube, der meiste war Hero Malicious, den man irgendwie abwerfen konnte, um einen anderen von sich rauszusuchen. Da hätte man dann zwei raussuchen können. Das war zu stark. Deswegen hat man den jahrelang auf zwei gehabt, ist, glaube ich, mittlerweile auch auf drei. Weil diese Semi-Banded-List einfach Bullshit ist. Semi-Banded-List, Sachen nur zweimal zu spielen, bringt halt, oder dreimal, man kann jetzt natürlich auch überlegen, was passiert, wenn wir in Magic die Karten nur dreimal spielen. Viele Decks spielen die meisten Karten sogar nur dreimal. Dementsprechend wird das nicht mal einen Unterschied machen. Aber wenn wir die Karten dann auf zwei limitieren oder auf einen limitieren, sind wir an einem Punkt, wo es halt einfach sehr weird von der Argumentation wird. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schön, dass wir in Magic mittlerweile, wenn wir Banded-Lists bekommen, gerade für Pauper oder auch für Commander, eine sehr ausführliche Folge von den Format-Panels dafür bekommen, die uns erklären, warum sehen wir das? Warum haben wir in Pauper die Karte gebannt? Warum haben wir in Commander die Karte gebannt? Welche Karten beobachten wir? Welche Karten könnten demnächst gebannt werden? Es ist super interessant. Gleichzeitig haben wir aber den Punkt, dass für die Formate wie Legacy oder Pioneer oder Modern, bzw. Pioneer geht noch, irgendwie die Leute keine Ahnung haben, die die Banded-Lists machen. Zumindest fühlt es sich für mich so krass danach an. Es fühlt sich danach an, als hätten die keinen blassen Dunst. Und das als Leute, die Banded-Lists machen. Das ist schlecht. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, sind wir halt an einem Punkt, wo wir einfach so viele Formate haben, die man eigentlich nicht mehr im Auge halten kann, dass man das vielleicht gar nicht mehr so sieht und argumentieren kann. Wenn ich dann lese, Leyline-Binding wird Legacy retten, deswegen bannen wir andere Karten nicht. Und kurz danach merkt man so, die Karte ist doch zu gut. Wir nehmen doch aus. Oder man bannt irgendwelche Reddit-Hype-Karten, die auf Twitter und Reddit als die stärksten Karten aller Zeiten bezeichnet werden. Und was sie tun, ist Turn 5 zu gewinnen, wenn der Gegner keine Interaktion hat. White Plummet Adventurer did nothing wrong. Gar nichts. Die Karte ist super, die kann man entbannen. So. Obligatorisches. Wir entbannen den White Plummet Adventurer. Bitte. Bitte. Dankeschön. Das ist eine gute Karte, aber sie ist nicht broken. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie man mit Banlist umgeht, wie man mit Limitierungen umgeht, wie verschiedene Formate, verschiedene Spiele damit umgehen, muss ich sagen, der Ansatz, den man einfach in Magic hat, gefällt mir doch dann am besten. Für Magic muss man jetzt dabei sein. Denn für Yu-Gi-Oh! würde dieser Ansatz, entweder etwas vollspielen zu können oder gar nicht, gar nicht so funktionieren oder auch teilweise echt zu Problemen führen. Weil entweder die Banlist einfach Kilometer lang, einfach Kilometer lang, das will natürlich keiner. Also es wäre ja auch dämlich, wenn man das wollen würde. Ich muss dabei sagen, wenn man sich diese Banlist anschaut, ist die schon relativ groß. Also die von Yu-Gi-Oh! Aber für das Spiel selbst, für Yu-Gi-Oh! funktioniert das. Was ich so interessant finde, und das ist etwas, das ich vermisse, das vermisse ich ohne Ende. Yu-Gi-Oh! ist eher so ein mehr Jugendlicher, die mehr online unterwegs ist. Deswegen sehe ich auch jedes Mal, wenn ich Yu-Gi-Oh! dem Video erwähne oder Commander, schweigen meine Zuschauerzahlen. Wenn ich Legacy das alte Herrenformat erwähne, dann sinken meine Zuschauerzahlen. Weil die Leute, die Legacy spielen, selten auf YouTube unterwegs sind. Dementsprechend vielen Dank, wenn ihr mich trotzdem schaut. Wenn wir jetzt hingehen und schauen uns an, wie Yu-Gi-Oh! ihre Banet-List zelebrieren. Dieses, es kommt eine Banet-List. Wir haben in einer gewissen Zeitabschnitten und dann kommt eine Banet-List. Wie die YouTuber am Ausrasten sind. Wie es anfängt mit, welche Karte könnte gebannt werden? Welche Karte könnte entbannt werden? Was sind die stärksten Decks aktuell? Wie könnten die Decks nach den und den Bands funktionieren? Könnte dieses Deck noch funktionieren? Könnten wir hier noch irgendwas machen? Was passiert, wenn diese Karte rauskommt, dieses Set vor der nächsten Banet-List-Rotation rauskommt? Tausende Fragen, die da rauskommen. Vorher. Dann kommt die Banet-List-Reaction. Alle Leute fangen an mit, boah, cool, hier, ich gucke mir live die Banet-List an und reagiere da drauf und rede mit euch da drüber. Also mit den Zuschauern, die die haben. Und schauen sich das an. Und das ist so schön anzusehen, wie das zelebriert wird. Und nachher kommt dann so eine Nachbesprechung, wo dann Leute sagen so, hat die Banet-List was gebracht? Ist das Deck jetzt wieder Tier 1? Jetzt rückt dieses Deck dann dieser Banet-List wieder ins Format. Und so weiter und so fort. Und das finde ich so spannend, weil das haben wir in Magic nicht. Wir in Magic hängen da, wir wissen ja nicht mal, wann gebannt wird. Wir kriegen manchmal freitags eine Announcement, am Montag gibt es ein Banning. Wenn wir Glück haben. Manchmal geht Wizard of the Coast hin und sagt, hey, wir verkaufen hier ein Produkt. Und da ist eine Karte drin, die werden wir demnächst bannen. Okay, Wizards, danke schön. Andererseits gehen sie hin und sagen, hey, wir haben hier so eine Emergency-Bahn. Wir bannen eine Karte, random. Irgendeine, die gefühlt nichts damit zu tun hat. Dann gibt es wieder solche Announcements, wo man dann freitags sagt, hey, am Montag wird gebannt. Am Montag kommt ein Banning. Und weil alles, was drinsteht, ist, ja, es gibt keine Änderung. Das Format ist super. Alle Formate sind super. Ihr solltet alle super happy sein. Und wir brauchen keine Karten bannen, weil alles ist toll. Wo ich mir auch denke, so, warum? Also dieses zelebrieren der Banet-List ist etwas, das wir früher sehr stark gemacht haben. Gerade im Legacy, meine Jungs und ich, wenn wir gehört haben, es gibt wieder Ban-List. Am Montag kommt wieder Ban-List. Ein, zwei Wochen vorher fing das dann langsam an. So, hey, wie sieht es denn mit der Karte aus? Und dann wurde der WhatsApp-Chat tatsächlich einfach dahin genommen. Und es wurde so viel darüber geredet, welche Karte soll gebannt werden? Was denkt ihr? Wie kann man das umspielen? Was ist mit der und der Karte? Könnte man die und die Karte bannen? Könnte man die Karte entbannen? Man redet da ganz, ganz viel drüber. Und Wizard of the Coast ist mittlerweile durch ihre Unsichtigkeit, wo man halt wirklich keine Ahnung hat, wann die bannen, wann sie nicht bannen, wann es ein Emergency-Bann möglich ist, wenn es kurz nach einem Set-Release ist, wo man Emergency bannen kann, wo man aber dann vorher irgendwie einen anderen Bann machen kann, weil man immer zu einem Set bannen kann und vielleicht auch nicht. Und das ist einfach Quatsch. Und ich finde das so spannend bei Yu-Gi-Oh!, dass sie auch manchmal Dinge austesten. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Als Stoneforge Mystic und Jace the Mind Sculpture in Modern Entband wurden, gab es einen riesigen Aufschrei. Alle haben gesagt, boah, was? Seid ihr euch sicher, dass sie das machen? Das ist ja krass. Was war jetzt krass? Stoneforge wird fast nicht gespielt. Jace wird gar nicht gespielt. Was ist daran jetzt krass? Aber es gab einen Aufschrei. Und genau dasselbe beim Worldgorger Dragon, der in Legacy entband wurde. Wenn Karten entband werden, wenn sie was ausprobieren, in den Formaten, ist es so schön mit anzusehen, wie dann auf einmal alle rotieren. Alle überlegen sich, ist die Karte gut? Warum war die gebannt? Kann man das hiermit erzählen? Wieso wird die jetzt gespielt? Was kann man damit machen? Was hat man früher damit gemacht? Was kann man jetzt damit machen? Und so weiter und so fort. Und das ist wirklich was Cooles, was Schönes. Der Punkt ist halt, Yu-Gi-Oh! bannt halt auch nur in solchen Abschnitten. Das heißt, sie sagen immer, wann die nächste Bandlist kommt. Das heißt, wenn dann wirklich mal etwas passiert, dass sie irgendwas auf Engage, auf 3 setzen oder so, sorgt es aber immer dafür, dass es passieren kann, dass die Meta eine wirklich lange Zeit lang Quatsch ist, Bullshit ist. Ich habe in meiner Zeit, von der ich jetzt aktiv wieder Yu-Gi-Oh! spiele, das sind jetzt viereinhalb Jahre, einmal, glaube ich, einen Emergency Band. Einmal einen Band, der mitten reinkam, wo sie gesagt haben, ah, wir machen jetzt eine Emergency Band, das geht gar nicht, die Karte muss weg. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, einmal habe ich es erlebt. Ein einziges Mal. Bei Magic habe ich es, glaube ich, auch ein oder zweimal erlebt. Aber da waren eben diese Band-Sachen komplett anders. Es fühlt sich komplett anders an. Dazu kommt, wir haben eben diese Commander- und Pauper-Panels. Weil Commander und Pauper sind für mich die zwei stärksten Communities, wenn es irgendwie um Playability geht, um den Spaß geht, um die Sichtweise der Spieler geht und so weiter und so fort. Das ist in den beiden Formaten immens hoch. Gerade im Vergleich eben zu sowas wie Legacy, Modern, Pioneer oder ähnliches, wo man halt einfach ein Turnier-Grind-Format spielt, was von Wizards anerkannt ist, was man in Local Game Stores spielt und wo man halt einfach sagt, ja, dann wird die Karte halt gebannt oder hey, warum ist die Karte nicht gebannt? Oder warum ist die Karte gebannt? Aber am Ende des Tages sitzt man einfach da und spielt es dann runter. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Weil diese Banned-Niss-Zelebrierung, dieses ganze Um-Banned-List herum, diese Gedanken-Machen-Um-Banned-List, welche Karten könnten entbannt werden, was könnte gebannt werden, ist gerade für diese Formate so gut eigentlich. Wenn wir zum Beispiel Commander nehmen. Commander-Bannings sind stinkend langweilig. Weil es meistens dann irgendwelche Sachen sind so, hey, wir haben festgestellt, es gibt hier ein unlustiges Play-Pattern mit zum Beispiel einer Karte wie dem High-Breacher und das macht nicht so vielen Leuten Spaß. Deswegen nehmen wir sie mal raus. Das ist halt eine Umgehensweise, da hat man halt keine Ahnung, wie man das macht. Weil es wird bestimmt auch irgendwelche Commander-Playgroups geben, die schon von vornherein gesagt haben, die Karte spielen wir nicht. Oder die anderen, die sagen, ja, hat bei uns eh keiner gespielt, ist mir egal. Und das muss man halt sagen, das finde ich so weird. Wirklich, wirklich weird. In Commander-Bannings zu machen, ist so seltsam. Gleichzeitig muss es halt irgendwie sein, weil die Commander-Banlist ja auch gleichzeitig die von Competitive Commander ist und Competitive Commander gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und man darauf achten muss und gleichzeitig halt nicht. Und es ist so verstörend einfach, da zu sitzen und zu sehen, hey, alles, was hier passiert, alles, was hier irgendwie gebannt wird und sonst was, ist für casual. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Wizard of the Coast mit dem Unbanning halt überhaupt nicht irgendwie experimentierfreudig ist. Sie sitzen halt da auf ihren Karten und sagen, hey, lass uns doch lieber neue Karten drucken, weil die alten machen wir da nicht. Und, hmm, statt hinzugehen und zu sagen, hey, wir entbannen die Karte und wir sprechen uns mit unserem Designer-Team ab, dass im nächsten Set die Karte dann reprintet wird, weil dann sind die Karteleute da, oh, die Karte ist entbannt, ich will die spielen, ach, ich kann mir dieses Produkt kaufen. Und damit spielt zum Beispiel ja Konami sehr viel stärker und auch andere Karten-Spieler sehr viel stärker wie Wizard of the Coast. Wizard of the Coast schmeißt einfach unwissentlich Zeug auf den Markt und sagt, hey, habt Spaß mit unseren Karten, Bandit Lists, hm, keine Ahnung, Formate, hm, keine Ahnung, wir machen einfach mal so random Dinge und lesen mal bei Reddit, was die meistgeschriebene Karte ist und benden die oder so, ohne dass sie irgendwas falsch gemacht hat. Und am Ende des Tages hängen wir da und denken uns, okay, warum redet niemand miteinander? Also wir haben literally in einem Monat Modern Horizons 3 rauskommen, wo Commandedex drin sind, dafür habe ich mich im Podcast mit Robin bei Radio Raffnika schon lange genug aufgeregt, aber wir haben eine Karte, die wir in Boostern ziehen können, die ein Special Guest ist, die wir nicht in Modern spielen können, weil Fury gebannt ist. Es ist vollkommen okay, dass sie den kompletten Cycle da reinmachen wollten, das hübsch machen wollten, keine Frage. Die Karte ist gebannt. Warum kann ich die da rausziehen? Weil das halt, jetzt kommen wieder Leute, ich erkläre das auch so ein bisschen, weil es halt Jahre im Voraus geplant wird. Also mindestens so zwei Jahre im Voraus. Das, was wir jetzt bekommen, wurde vor zwei Jahren geplant. Banded lists sind schneller am Arbeiten, kleiner am Arbeiten, keine Frage. Aber dann kann man das doch irgendwie mit timen. Man kann doch sagen, hey, wir haben jetzt eine Banded list in zum Beispiel Legacy. Ihr wisst, Legacy kenne ich mich am besten mit aus, ist mein Heimatformat, dementsprechend gucken wir uns das mal an. Wir haben in Legacy ganz alte Karten gebannt, sowas wie Black Lotus, Moxe und so weiter und so fort, weil die einfach super broken sind. Und sie sind bockteuer, deswegen bin ich echt froh damit. Wir haben irgendwelche komischen Conspirations gebannt, weil man die irgendwie in Spielen, das ist Müll, Müll, einfach Müll, kann man nicht gut benutzen, deswegen haben sie gebannt. Dann haben wir Karten gebannt, die mit Ante funktionieren. Ante ist ein System, wo man hingeht und die Möglichkeit ansetzt, dass man Karten verliert, für die Leute, die jetzt vielleicht zuschauen und Yu-Gi-Oh! Spieler sind. Duelist City, wo man die stärkste Karte des Gegnerdecks bekam, wenn man gewonnen hat. So in der Art könnte ich das vorstellen. Für Magic-Spieler, wenn ihr das Spiel gespielt habt, zu Beginn des Versorgungsgements die oberste Karte dann wegdrehen und alle da reinlegen und der Gewinner kriegt den Pott. Und dann gibt's halt Karten, die halt sagen, okay, du kannst halt 20 Leben kriegen, dafür musst du die obersten drei Karten in den Pott legen. Und das wollte Wizards irgendwann nicht mehr. Logischerweise. Dementsprechend ist die Karten auch gebannt. Dann sind Sachen wie Chaos Orb, Karten, die man irgendwie aus einer gewissen Höhe flippen muss, Scharazade, wo man ein Minigame unter dem Tisch spielen muss. So Sachen sind halt einfach mal rausgenommen. So. Dann haben wir ein paar Karten, die einfach von der Spielstärke zu stark sind. Sorry Freakle. Deathrite-Shamen. Der Ein-Mana-Planeswalker, der alles gemacht hat und jahrelang nicht realisiert wurde, wie stark der ist, bis Delver ihn ausgepackt hat. Superbroke, ne Karte, sollte man nicht zurückbringen. Die ist einfach zu stark. Weil sie würde jeder spielen. Dann haben wir so Dinge wie Dreadhort Arknist. Und zwar mal eine 1-3er, der Karten aus dem Friedhof mit einem Mana wieder castet. Auch von Delver gebannt, lustigerweise. Es gibt da so ein wunderschönes Meme, wo man sieht, dass ganz viele Karten durch Delver gebannt wurden. Und ja, nicht zuletzt auch so was wie Okko und der Renan Six und so weiter und so fort. Vieles durch Delver gebannt. Danke Delver. Aber Dreadhort Arknist ist so eine Karte, wo ich mir denke, der war gut. Ja. Und ich glaube, mit einer Merktite könnte der auch noch spannend werden, weil er im Merktite immer wieder growt. Aber es sind zwei meiner 1-3-Trampler. Also, ja, ich weiß nicht. Delver hat keinen Platz dafür. Das Denk, wofür es gebannt wurde, würde diese Karte nicht mehr spielen, weil sie keinen Platz dafür haben, weil sie zu schlecht ist. Dreadhort Arknist ist für mich schlechter wie ein Dragon Raids Channeler, wie ein Delver of the Secrets, weil die könnte man vielleicht austauschen, oder halt wie ein Merktite Regent. Dementsprechend, warum ist die Karte jetzt gebannt? Ich verstehe es nicht. Dann haben wir alte Karten, die irgendwann mal gebannt wurden, so aus wie Channel. Für zwei grüne Mana können wir x Leben bezahlen, kriegen x farblose Mana. Das wurde gebannt, weil man damit in der ersten oder zweiten Runde so einen Feuerball dick knallen konnte. Also, ja, ja, warum? Und so geht das in einer, in einer Linie weiter. Es gibt Karten, wo ich sage, das verstehe ich, ja, also sowas wie Jivelet Bird oder die ganzen Moxer, wie ich schon gesagt habe, Mystical Tutor oder so. Das habe ich alles miterlebt, das kann ich alles verstehen. Gerade diese ganze Raussuch-Sachen sind in Legacy nun mal sehr stark. Senses Divining Top, eine Karte, die einfach das Spiel super hart runterslaut und Leute einfach tausende Stunden einfach die obersten drei Karten ihres Decks angucken, statt Magic zu spielen, kann ich auch so nachvollziehen. Und dann kommen wir halt wieder zu Sachen, wo ich mir denke, so, what? Jogmos Bargen ist gebannt? Ein Sechs-Manner Zauber, ein Sechs-Manner-Enchantment, die sagt, wir skippen unsere Draw Step und wir können in Leben bezahlen, eine Karte zu ziehen. Was macht denn Grisselbrand? Der zieht sieben Karten für sieben Leben. Gut, das hier kann man skalieren, dafür zieht man sonst keine Karten mehr. Das Ding kann man nicht reanimaten, man kann es maximal Show and Tell oder in der ersten Runde Dark Grid, Dark Grid, Dark Grid, das Ding spielen. Was? Warum? Jogmos Will, keine Frage, Wheel of Fortune, Treasure Cruise, Tinker, all die Karten möchte ich gar nicht anpacken. Wenn ihr das wollt, kann ich mal wirklich eine Folge drüber machen über die komplette Bandlist oder werde mal so ein Blackie erklärt machen, so welche Karten ich, was ich über welche Karten auf der Bandlist denke. Aber da sind so viele Karten drauf, wo ich mir denke, so, wenn man das Format kennt und wenn man sich damit auseinandersetzt, weiß man eigentlich, dass man ein paar davon runternehmen kann. Warum sind die noch drauf? Und selbst wenn man sie runternimmt und auf einmal sich trotzdem rausstellt, Jogmos Bargain ist die beste Karte aller Zeiten und macht Magic kaputt, also Legacy kaputt, dann könnte man sie immer noch im Emergency Band wieder drauflegen. Das kündigt man vorher an, sagt, wir haben die entbannt, wir behalten ein Auge da drauf in den nächsten paar Monaten, könnte es sein, dass sie schnell wieder gebannt wird. Fertig. Warum nicht experimentierfreudiger sein? Und das gefällt mir halt so bei Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ist da experimentierfreudiger. Manche Karten gehen mal so auf 2 hoch, auf 3 runter oder von 3 auf 2 oder werden dann mal so auf 1 gesetzt und dann gibt es auch Karten, die von der Bandlist auf die 1 gehen, dann merken die, oh, das ist immer, nee, Zeit ist noch nicht reif und setzen sie wieder auf die Bandlist. Das ist vollkommen okay. Damit kann man leben. Pioneer ist übrigens auch so ein Format, wo ich sage, da gibt es auch Karten, die ich von der Bandlist nicht mehr sehe und ganz, ganz schlimm ist es im Modern. Im Modern gibt es so viele Sachen, wo ich mir denke, spätestens seit Modern Horizons 2 sind da so viele Karten drauf und mir denke so, warum bist du gebannt? Also das, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen Sachen verstehe ich es nicht. Es gibt genug Karten, wo ich sage, keine Frage. Also was wie Expressive Iteration darf nie wieder im Legacy passieren. Keine Frage. Ja, alles in Ordnung. Aber man kann doch damit spielen. Man kann damit doch ein bisschen so rum und rum experimentieren, ob Karten jetzt mal okay sind, runterzunehmen. Es gab mal eine Zeit, da ist das passiert. Mit Modern Horizon 1 gab es mal eine Zeit, wo sie die Dredger, also wo sie so, ich glaube damals den Golgai-Grab-Troll wieder entbannt haben. Dann war Dredge wieder so ein halbes Deck. Dann kam Horgag raus und dann hing sie da und sagten, ah, wir können, nee, Horgag wollen, wir gerne weiterverkaufen. Wir bannen jetzt erstmal wieder den Troll, weil den haben wir entbannt. Und dann bannen wir noch die Bridge, damit dieser Gravejurg Shenanigans aufhören. Und das ist okay. Aber sie haben sich was getraut. Und Horgag hat, ja, Modern zwei, drei Monate sehr stark dominiert, aber das hat Eldrazi auch mal gemacht. Und wenn man jetzt hingeht und man würde Eldrazi den Tempel wieder runternehmen von der Banned List, eigentlich den Tempel des Eye of Ugin, ich glaube nicht, dass es aktuell viel gespielt würde. Ich weiß nicht, was in Modern Horizon 3 kommt, aber ich glaube nicht, dass es so krass gespielt würde. Also, sorry, da gibt es doch mittlerweile bessere Sachen. In der ersten Runde zwei Einser zu spielen ist doch vollkommen normal mittlerweile im Modern. Also, ja, egal. Da werde ich jetzt wieder Hate für bekommen von ganz vielen Leuten, die sagen, du hast doch keine Ahnung von Modern. Doch, ich habe Modern gespielt. Magic Online macht es möglich. Und viele andere Sachen auch. Und ich habe mich da ja auch mit sehr vielen Modern Leuten unterhalten. Wie gesagt, Yugi, genau dasselbe und so weiter und so fort. Dementsprechend, ich habe Credibility dafür. Ich habe Ahnung von den Spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt Flash & Blatt mit diesem Legacy-System rausgelassen. Ich habe neuere Spiele, die zu neu sind, wie zum Beispiel One Piece oder Lorcaner oder so, einfach mal beiseite gelassen, weil die sind zu neu, als dass man da wirklich hart interagieren müsste mit irgendwelchen Sachen. Ich habe jetzt wirklich nur mal, Pokémon hat halt nichts, deswegen habe ich halt mal Yu-Gi-Oh! und Magic so ein bisschen in den Vordergrund gesetzt und natürlich in meinem Fall Magic, weil ich bin Magic-Spieler und Magic-Dur. Und dabei dann natürlich Lexi. Bestes Format. Ansonsten muss ich sagen, finde ich es einfach interessant, wie alles so zusammenspielt. Wie gesagt, die Unsicherheit von Magic-Spielern, weil wir gar nicht wissen, wann gebannt wird, was gebannt wird, wieso gebannt wird, dass das nicht so hart mehr zelebriert wird wie früher. Also es wurde früher zelebriert, für die Leute, die es nicht wissen, dass es einfach Formate gibt, wie zum Beispiel Commander, wo das sehr unrelevant ist, weil es halt einfach nicht passiert und so ein paar andere Sachen, wo man halt denkt, muss das sein, muss das gebannt sein, warum wird da nicht experimentiert. Dementsprechend mein Fazit zu dem Ganzen, weil ihr seht ja auch oben im Titel, brauchen wir wirklich eine Bandlist? Ja. Magic braucht eine Bandlist. Ist die Bandlist so gut, wie wir sie haben? Nein. Auch das System der Bandlist ist nicht gut, so wie wir es haben. Wäre das von Yu-Gi-Oh! besser? Nein. Nicht für Magic. Yu-Gi kommt damit klar, keine Frage, aber Magic braucht was anderes. Magic muss anders interagieren. Magic muss andere Dinge im Vordergrund haben und sie müssen andere Dinge sehen. So was, die Limitierung und ähnliches, das funktioniert einfach nicht in Magic. Außer wir spielen Vintage. Wenn wir jetzt aber hingehen und wirklich mal nochmal so eine Zelebration machen und sagen, hey, in zwei Wochen bannen wir übrigens was und dann geht es auf einmal los und dann wird gesagt, hey, wir werden was in Modern bannen, wir werden was in Legacy bannen. Pioneer und Standard bleiben gleich. Dann werden Pioneer und Standard Leute sagen, ignoriere ich den Tag. Legacy und Modern Leute würden auf einmal sagen, was könnte denn gebannt werden? In Modern bannen, was könnte man denn in Modern denn gerade bannen? Oh, Legacy. Hm, endlich, endlich gehen in Legacy, keine Ahnung, Bowmaster oder Uro oder Hurro oder sonst was. Hm, vielleicht die Karten oder vielleicht irgendeine andere Karte, die gerade super broken ist oder vielleicht bringen sie ja was wieder. Was ist denn, wenn sie was entbannen? Hm, bringen sie White Planet Adventure wieder oder sonstige Sachen. Und das wäre halt interessant. Das macht es nochmal Spaß. Das würde für uns als Content-Creatoren und für uns als Community nochmal so viel Hype reinbringen, so viel Spannung reinbringen. Und die Spannung kann halt nicht sein, hey, wir bringen jeden Monat ein verdammtes neues Set raus mit irgendwelchen overpowerten Müllkarten und ihr müsst die ganze Zeit Spoiler über Spoiler machen. Das Set ist noch nicht draußen, aber schon komplett gespoilert und wir spoilern schon das nächste Set. Das ist so bescheuert. Aber es ist leider das in der Welt, in der wir aktuell leben. In Magic. Ich wollte mal meine Gedanken gerade zur Bandlist mit euch teilen und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr selber schon mal Ideen gehabt, wie man die Bandlist ein bisschen ändern kann, verbessern kann. Immer dabei schreiben, welches Format bitte. Oder vielleicht habt ihr eine ganz andere Sicht. Vielleicht sagt ihr, boah, das wäre voll gut, wenn wir in Yu-Gi-Oh! jetzt auch Nuller und Dreier hätten. Oder es wäre voll gut, wenn wir in Magic die ganze Zeit mit irgendwelchen limitierten Karten rumlaufen, die ganze Zeit beweisen müssen, dass wir nur zwei Lightning Bowls drin haben statt vier und so weiter und so fort. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, genau wie ich mich darüber freue, wenn Leute mich unterstützen, wie zum Beispiel bei Patreon. Patreon könnt ihr ab drei Euro mich unterstützen, so wie diese coolen Leute, die hier überall in diesem Bildschirm sind, die mir immens, immense, immense Unterstützung geben und mir sehr viel helfen und sehr viel erlauben, dass ich das machen kann. Vielen Dank an alle meine Patrons, wirklich von ganzem Herzen. Gerade auch die Talia und Talia Plus, die ihr hier seht, helfen mir immens, aber auch alle anderen ab drei Euro können die mich unterstützen. Vielleicht guckt ihr auch mal rein, vielleicht ist es auch was für euch, vielleicht könnt ihr drei Euro im Monat entbehren. Mir hilft, drei Euro helfen mir immens. Höher natürlich auch. Und wenn ihr das euch nicht leisten könnt oder nicht leisten wollt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen, das Video liken, mich abonnieren, dass irgendwelchen Freunden seines Yu-Gi-Oh oder Mädelspieler das Video zeigen und ja, einfach mal ein bisschen mit mir im Gespräch und in den Kommentaren kommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ayo Blacksid. Ciao, ciao. 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 Ciao.